Ganz zum Schluss will ich Ihnen doch noch einen Bonbon liefern, was einem zu denken gibt. Wir haben festgestellt, dass Vögel, Rabenvögel und Papageien äußerst intelligent sein können, so intelligent wie Wackaken, Affen oder vielleicht sogar Schimpansen, wenn man den Freunden, die damit beschäftigen, glauben will. Diese Vögel haben aber winzige Gehirne, 9 bis 10 Gramm und nicht 100 Gramm. Wie kann man das verstehen? Das ist der erste Schock. Winzige Gehirne können hochintelligent sein. Aber der zweite Schock ist noch, wenn man sich so ein menschliches Gehirn anguckt und hier diese großen Rinde, über die ich geredet habe, 4 bis 5 Millimeter, viel, viel, viel gewunden. Und wenn man mal so einen Durchschnitt hier macht, dann ist das die berühmte Aufbau. Sie sehen es, Sie haben es schon mal gesehen. Das ist wunderbar geschichtet. Hier sind diese 15 Milliarden Nervenzellen, wunderbar ordentlich. Diese ganz schmale Saum der grauen Substanz. Und jetzt zeige ich Ihnen so ein Vogelgehirn. Und da sehen Sie nichts, gar nichts. Keine Schichtung, kein Kortex, nichts. Es sieht völlig anders aus und entwickelt sich heraus ganz anderes Material bei den Vögeln als bei uns Säugern. Und damit können die toll denken, Fragezeichen. Wenn man aber guckt, was diese merkwürdigen Punkte sind, dann sieht man, das sind Nervenzellen. Muss man natürlich wissen. Das heißt, die haben ein völlig anderes Endhirn, mit dem die denken. Aber sie haben ein kleines Gehirn, aber winzige Nervenzellen und extrem dicht gepackt. Und kommen trotz der Winzigkeit auf etwa eine Milliarde Nervenzellen in ihrer großen Rinde. Mit dem, was die große Rinde eines Vogels ist, nämlich das hier. Sehr viel mehr, als man glauben würde. Und wenn man das noch viel weiter untersuchen würde, will ich jetzt nicht darauf eingehen, dann sieht man, dass diese große Rinde, obwohl sie nicht so aussieht, ganz ähnlich gittermäßig aufgebaut ist wie unsere große Rinde. Und eigentlich in ihrer Architektur sehr ähnlich ist, obwohl das überhaupt nicht so aussieht. Das heißt, wenn man ins Detail geht, dann findet man, da muss irgendwas dahinter sein. Was so ganz abstrakte Prinzipien sind, sehr viele Nervenzellen, sehr dicht gepackt, sehr regelmäßig verteilt, das findet man immer in allen Gehirnen von Tieren, die hochintelligent sind. Das ist erstaunlich. So ab eine Milliarde Nervenzellen beginnt die Intelligenz. Und wir haben 15 Milliarden, das ist schon eine Menge. Wir haben festgestellt, dass Vögel, Rabenvögel und Papageien äußerst intelligent sein können, so intelligent wie Wackaken, Affen oder vielleicht sogar Schimpansen, wenn man den Freunden, die damit beschäftigen, glauben will. Diese Vögel haben aber winzige Gehirne, 9 bis 10 Gramm und nicht 100 Gramm. Wie kann man das verstehen? Das ist der erste Schock. Winzige Gehirne können hochintelligent sein. Aber der zweite Schock ist noch, wenn man sich so ein menschliches Gehirn anguckt und hier diese großen Rinde, über die ich geredet habe, 4 bis 5 Millimeter, viel, viel, viel gewunden. Und wenn man mal so einen Durchschnitt hier macht, dann ist das die berühmte Aufbau. Sie sehen es, Sie haben es schon mal gesehen. Das ist wunderbar geschichtet. Hier sind diese 15 Milliarden Nervenzellen. Wunderbar ordentlich. Diese ganz schmale Saum der grauen Substanz. Und jetzt zeige ich Ihnen so ein Vogelgehirn. Und da sehen Sie nichts, gar nichts. Keine Schichtung, kein Kortex, nichts. Es sieht völlig anders aus und entwickelt sich aus ganz anderem Material bei den Vögeln als bei uns Säugern. Und damit können die toll denken. Fragezeichen. Wenn man aber guckt, was diese merkwürdigen Punkte sind, dann sieht man, das sind Nervenzellen. Muss man natürlich wissen. Das heißt, die haben ein völlig anderes Endhirn, mit dem die denken. Aber sie haben ein kleines Gehirn, aber winzige Nervenzellen und extrem dicht gepackt. Und kommen trotz der Winzigkeit auf etwa eine Milliarde Nervenzellen in ihrer Großhindrinne, dem, was die große Rindrinne eines Vogels ist, nämlich das hier. Sehr viel mehr, als man glauben würde. Und wenn man das noch viel weiter untersuchen würde, will ich jetzt nicht darauf eingehen, dann sieht man, dass diese Großhindrinne, obwohl sie nicht so aussieht, ganz ähnlich gittermäßig aufgebaut ist wie unsere Großhindrinne. Und eigentlich in ihrer Architektur sehr ähnlich ist, obwohl das überhaupt nicht so aussieht. Das heißt, wenn man ins Detail geht, dann findet man, da muss irgendwas dahinter sein, was so ganz abstrakte Prinzipien sind. Sehr viele Nervenzellen, sehr dicht gepackt, sehr regelmäßig verteilt. Das findet man immer in allen Gehirnen von Tieren, die hochintelligent sind. Das ist erstaunlich. So ab eine Milliarde Nervenzellen beginnt die Intelligenz. Und wir haben 15 Milliarden. Das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge. Untertitelung des ZDF, 2020